Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts. Ja, ehrlich gesagt, die letzte Folge ist schon eine ganze Weile her. Ja, ich weiß gar nicht, wo wir da stehen geblieben sind, aber ich wollte euch dieses Bild hier im Hintergrund nochmal gönnen. Ich finde, das sieht irgendwie richtig cool aus. Ich habe keine Ahnung, ob das eine Errungenschaft gibt, wenn man die irgendwie kaputt machen kann oder so. Ich bin mir nicht sicher. Unsere Quest ist auf jeden Fall auf der Seite da hinten. Da laufen wir mal kurz hin. Ich habe auch extra den Tag angeschaltet und ja, wir müssen mit Poppy sprechen, aber ich sollte vielleicht den Landweg nehmen und nicht hier komplett übers Wasser. Ich meine, das bisschen, das ist noch okay. Das können wir machen. Poppy, wo bist du? Nein, falsche Taste. Ich bin es gewohnt, jetzt wieder alles mit A zu bestätigen. Ich weiß auch nicht, warum hier mal alles mit X bestätigt werden muss. Ja, stell dir vor. Tja. Jetzt sind sie auf jeden Fall ruiniert. Das tut mir leid, Poppy. Ich bin froh, dass es ihr gut geht. Ich glaube, das hätte keiner von uns ahnen können. Ich hätte es wissen müssen. Ich habe die Wilderer unterschätzt. Und nun ist noch ein Geschöpf in Gefahr. Wie meinst du das? Die Wilderer wollten nicht mit leeren Händen gehen und stahlen wertvolle Tagebücher, die Oma bei ihren Nachforschungen über seltene Tierwesen entdeckt hatte. Eines davon enthielt Theorien über ein geheimes Versteck der Schnatzer, die man lange Zeit für ausgestorben hielt. Schnatzer? Meint ihr jetzt den Schnatz? Oder... Hä? Was für ein Wesen ist denn ein Schnatzer? Ein kleiner Vogel mit goldenen Federn. Er ist unglaublich. Hat drehbare Flügel, mit denen er schnell in jede Richtung fliegen kann. Tatsächlich basiert der goldene Schnatz im Quidditch auf dem Schnatzer, der vor Jahrhunderten grausam für diesen Sport verwendet wurde. Ach so, verstehe. Hallo, wieso geht der nicht runter? Warum sollten sie sich für Schnatzer interessieren? Sie könnten mit Schnatzern mehr Geld verdienen, als sie es je mit Drachen kämpfen könnten. Die Federn und Augen der goldenen Schnatzer sind unglaublich wertvoll. Deshalb glaubt man, sie seien ausgestorben. Sie wurden von den Zauberern ausgerottet. Ich will mir gar nicht vorstellen, auf welch grausame Art sie heutzutage gezüchtet und für Profit getötet werden würden. Ja, also mein Kreuz möchte irgendwie nicht mehr nach unten tippen. Echt jetzt? Ich habe extra Tageslicht gemacht, weil es sonst so dunkel ist und das heißt jetzt mondlich. Ich nehme an, du willst verhindern, dass Wilderer in die Nähe der Schnatzer gelangen. Oma will, dass ich mich raushalte. Aber sie ist am Boden zerstört, weil Wilderer hinter den Schnatzern her sein könnten, falls es sie noch gibt. Wir hatten das Überraschungsmoment auf unserer Seite, als wir den Drachen gerettet haben. Aber jetzt werden die Wilderer nach uns suchen. Wir brauchen Verbündete. Andere, die die Wilderer ebenfalls hassen und die Tierwesen genauso schätzen wie... Bei Merlin Sparth, du bist ein Genie! Die Zentaurin! Sie würden die Schnatzer um jeden Preis schützen wollen! Okay. Klingt so, als müssten wir mit den Zentaurin reden. Wir müssen aufpassen, wie wir uns ihnen nähern. Das Verhältnis ist immerhin angespannt. Trotzdem könnten sie unsere einzige Hoffnung sein. Ich denke drüber nach. Nein, nicht nachdenken! Nein! Poppy! Tu mir das nicht an! Jetzt machen wir mal Trick 17, weil das sehe ich nicht ein, dass ich jetzt hier die Quest unterbreche. Wir machen das Ganze jetzt mal in der Nacht. Sie überlegt aber anscheinend immer noch. Dann machen wir nochmal etwas weiter. Ich will es jetzt weitermachen. Euer Ernst jetzt? Wollt ihr mich veräppeln? Jetzt können wir hier endlich was mit den Zentaurin machen? Wo ich jetzt gar nicht drauf eingestellt war. Und ihr macht mir das jetzt hier kaputt, oder was? Ey, das ist nicht euer Ernst. Ja, dann würde ich sagen, treffen wir uns erstmal mit Sebastian. Ich bin ehrlich gesagt tierisch sauer gerade. Die große Frage ist jetzt, können wir wieder porten? Wir haben leider, leider immer noch kein Update bekommen. Es kann aber natürlich sein, dass das inzwischen behoben worden ist, ohne ein Update. Das weiß ich jetzt nicht. Ich wette mal auf gut Glück in die Nähe porten. Hallo, wie schön Sie zusehen! Okay, zumindest das hat funktioniert. Da bin ich jetzt schon mal sehr happy. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt längerfristig ist. Ob das jetzt gerade ein Zufall war, oder ob das jetzt generell wieder funktioniert. Ich hoffe natürlich immer noch das Beste. Da müssen wir hin. Weil das war ja grauenhaft. Also wir konnten die letzten Wochen, deswegen habe ich auch kein Hogwarts mehr gespielt, weil, warum? Man konnte ja nichts machen, man konnte nirgendwo hin porten und immer diese irre langen Wege. Es war einfach nur nervig. Ja, natürlich. Ich kam so schnell ich konnte. Ich war so sehr mit Ominous und den Katakomben beschäftigt, ganz zu schweigen von der Reaktion meines Onkels, dass ich fast vergessen habe, was mir am Triptychon aufgefallen ist. Das hier ist die Aussicht auf der Leinwand des Triptychons. Unglaublich. Du kennst dich hier gut aus. Als ich auf dich gewartet habe, sah ich mich etwas um und entdeckte eine verlassene Mine in der Nähe, umringt von Ranrocks Anhängern. Glaubst du, es besteht eine Verbindung zum Triptychon? Keine Ahnung. Aber vielleicht untersuchen sie es. So wie auch Schloss Rookwood und Isidoras Anwesen. Wie wollen wir vorgehen? Ja, immer rein. Wir teilen einfach nur aus. Ähm, ja, schreib mal, vielleicht können wir unentdeckt bleiben, aber wir teilen einfach aus. Wir müssen sehen, was sie tun. Aber lass uns unauffällig bleiben. Also gut. Und ich habe immer noch das Runensymbol von dem Triptychon. Wenn es eine Verbindung gibt, sehen wir das Symbol bestimmt nochmal. Das heißt hier, ich habe das, äh, das Symbol. Ach ja, wir haben ja auch einen neuen Fluch. Den müssen wir auch noch richtig ausprobieren. Also es tut mir leid. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich was gegessen habe, bevor ich die Aufnahme starte, und ich muss nun mal um diese Uhrzeit was essen, sonst dreht mein Magen durch. Geh du voran. Dann, äh, äh, wo habe ich das denn? Genau, so. Wir machen das einfach mal für einen Überraschungsmoment und dann knallen wir einfach voll rein. Ähm, immer wenn ich was gegessen habe, fängt das an mit der Stimme. Das ist kein Protego. Hallo. Ich habe vergessen, die Taste zu drücken. Das war ja jetzt nicht eine Vollüberraschung. um zurückzukommen. Ach, darf ich nicht. Bringen wir es hinter uns. Revioto. Revioto, wo du kommst. Gattes. Bombarder. Oh, das wird treffen. Ganz einfach. Nicht mehr. Sind das jetzt schon alle? Da sind doch noch zwei andere. Oder draußen. Nee, Moment. Irgendwo dahinten ist noch einer. Hallo. Guten Tag. Das ist cool, der Zauber. Doch, der ist richtig gut. So, dann sammeln wir die Sachen natürlich nochmal eben schnell ein hier. Hier oben ist nichts. Also ich finde es ja schon heftig, bei so ziemlich jedem Spiel, auch Saté so natürlich, weil das habe ich ja jetzt schon jahrelang gespielt und werde es auch weiterhin natürlich spielen. Aber bei jedem anderen Spiel bin ich nach einer Woche irgendwie komplett raus und weiß gar nicht mehr, welche Tasten ich drücken muss. Aber hier gucke ich mir nochmal kurz an, wie ich mich heilen kann, weil die vergesse ich tatsächlich immer. Ja, ne? Und wir haben beide keine Scheu davor, irgendwelche unverzeihlichen Flüche zu machen. Ja, wir schleichen uns heimlich rein. Und dann den Überraschungsmoment. Jetzt weiß ich, ob ich drücken muss. Das sagen sie alle. Wo ist der? Ja. Nö, ich finde, das macht Spaß. Nein, auch nicht nur relativ spaßig. Es war spaßig. Ich habe es zwar immer... Achso, das sind nur die... Ich habe es zwar immer gehasst, da großartig zu kämpfen bei irgendwelchen Spielen in dieser Art. Also so Adventure-Spiele. Aber ich muss ganz ehrlich sagen... Entschuldigung. Ich hätte dich vorwarten sollen. Es tut mir leid, Sebastian. Aber ich bin auch gerade in Flammen aufgegangen. Was wollte ich sagen? Ich sollte wohl erwähnen, dass diese Miene angeblich wegen einer Spinnenplage vor langem geschlossen wurde. Das sagst du mir jetzt? Das sagst du mir jetzt? Ja, echt so. Wo ich mich darauf gefreut habe? Ernsthaft? Willst du mich verarschen? Jetzt freue ich mich nicht mehr. Mann. Blöder Kerl. Okay, das ist auf jeden Fall auch eine Plage, aber keine Spinnenplage. Hey, es ist ein bisschen. Du machst dich so langsam. Ja, jetzt ja. Ja. Ach nein, das war... Das war gar nicht das, was ich wollte. So, brauchst du nicht mitkommen. Ich komme sofort wieder. So. Ja, beim Weg stehen brauchst du auch nicht, Sebastian, ne? So. Gehen wir erstmal da hin. Ich denke, aber in der Mitte ist es nicht so, ne? Da sind keine Kobolde in den Netzen. Revelio. Die sind sogar für Spinnen zu ekelhaft. Ja, das kann sein. Schade, die Kleinen kann man nicht wegmachen. Ja, Tyronimo! Wuhu! Da ist doch nur einer. Naja, zu viele. Ich meine, wenn hier viele sind, dann halten sie uns zumindest die Spinnen vom Leib. Das ist doch immerhin schon mal etwas. Da können wir hoch. Das ist sehr gut. Ich habe nur vergessen, wie der Zauber war. Der war es, glaube ich. Okay, das könnte ein kleines Problem werden. Wenn ich vergesse, wie die Zauber nachher aussehen. Also, wenn ich meine Woche nicht gespielt habe. Das ist dann nicht so toll. Moment, jetzt sind wir hier. Jetzt bin ich gerade am überlegen. Da hinten können wir jetzt aber noch weiter. Aber ich denke, dass das hier nur für eine Truhe oder so ist, oder? Kein Wunder, dass sich Leute vor Spinnen gruseln. Vielleicht sind es die haarigen Beine, die seelenlosen Augen, die giftigen Fänge. Alles ganz reizende Eigenschaften. Ach nee, da müssen wir weiter. Reizende Eigenschaften. Ja, ja. Guck mal weg, ihr Rädchen. Wenn wir aber doch hier weiter müssen, dann muss ich auf jeden Fall hinten noch mal kurz gucken. Aber wie komme ich denn da hin? Irgend war doch gerade auch noch was. Kommen wir da von der anderen Seite aus eventuell hin? Ich denke nicht, dass wir von hier aus hinkommen. Also, da hinten ist auf jeden Fall auch noch irgendwas mit dem Spinnen, ne? Ja, spring einfach runter. Ist nicht so schlimm. Wenn du schon hier, keine Ahnung, was machen kannst. Können wir da so hoch? Ich hoffe. Ja. Weil die Truhe können wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Oh shit, ich habe vorher nicht mehr nachgeguckt, ob alles leer ist. Das ist natürlich nicht so gut. Achso, nee. gerade wenn da Spinnen hinter sind, wovon ich ausgehe. Das war ein Reflex. Oh, ich schätze, denen haben die Spinnen erwischt. Gerade wenn da Spinnen hinter sind, wovon ich ausgehe, dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir angreifen können. Guck, da ist noch was. Ach, ihr mit euren Mega-Power trinken. Mein Gott, dann nehmen wir mich. So, da waren wir jetzt beides drin. Dann gehen wir wieder nach hier. Ich habe mich so darauf gefreut, dass ich endlich wieder weiter aufnehmen kann, weil ich wollte es ja auch nicht spielen und mich nicht spoilern. Ich habe zwar einen privaten Account mit, also Account. Schade, kann ich nicht wegbauen. Na danke. Das fällt dir jetzt auf, Sebastian. Heute sind wir nicht vom schnellen, vom schnellen Ufer, wollte ich gerade sagen. Heute sind wir nicht von einer schnellen Sorte, ne? Ah, können wir hier noch rein? Nein, das sieht gut aus. Diesmal ohne uns zu sprengen. Das dürfte theoretisch das sein. Machen wir dem mal ein Feuerchen hier. Geht das? Das würde mich jetzt mal interessieren. Das ist auch der falsche Gehirn. Ah, guck mal. Ist das nicht schön? Die Brücke hat schon bessere Tage gesehen. Das ist keine Brücke, Sebastian. Das ist ein Lagerfeuer. Aber gut, ich erkläre dir noch mal, was für Dinge es gibt und welche nicht. So, Moment. Von hier sind wir nicht gekommen. Wir kamen von unten, oder? Moment. Jetzt bin ich gerade total verwirrt. Ne, wir sind von da hinten gekommen. Genau. An die Strie... Strie... Striegen. Oh, ich kann auch nie mal reden. Kann ich mich gar nicht mehr erinnern. So. Hallo? Was war das denn? Sebastian? Geht's noch? Oder war das jetzt hier irgendwie von der Explosion noch? Da sind also auch welche drin. Okay. Ja, dürfen wir vielleicht erstmal hier gucken, Sebastian. Außerdem, wenn du die repariert haben willst, mach es doch einfach mal selber. Dann würden wir hier nicht so lange für brauchen. Und werden hier schon schneller durch. Aber nein, du bist ja so ein Follower. Und du machst sowas ja nicht. So, jetzt habe ich sie mal aber gegeben. Jetzt geht's weiter. Erst mal gucken, ob ich ein paar Spinnen hier versteckt halten. Weil mit Überraschung habe ich es nicht so. Nicht bei Spinnen. Äh, hallo? Natürlich! Warst du schon? Ja. Ich ebenfalls. Aber der Spruch ist schon ganz cool. Ähm... Fliegen die Dinger immer so in der Luft rum? Ich meine, gut, wir sind jetzt hier, ne, in Hogwarts, beziehungsweise wir sind hier nicht in Hogwarts, aber wir sind hier in der Nähe. Kann ja sein, dass die da so rumfliegen. Man weiß es ja nicht. Ich bin mir nur nicht so ganz sicher, ob das so gewollt war. die Dinger sind hier in der Nähe. Professor Hackett wäre stolz. In der Tat. Renrocks Anhänger haben praktisch den Krieg erklärt. Den Weg müssen wir rein. Ah, ah. Okay, Moment. Gab hier auch sowas? Nee, ne? Jetzt habe ich dieses eine, aber nicht mehr da drin. So, da kannst du wenigstens mitkommen. Da müssen wir hoch. Gibt es hier noch irgendwas? Ja, natürlich gibt es hier auch was. Gut, wenn ich sagen muss, ja, hier gibt es was und nicht, ja, aber es ist eine Spinne. Wie kommen wir denn da rein? Moment. und müssen wir da rüberklettern wahrscheinlich, oder? Oder kommen wir von mir aus? Ja. Hätte ich auch nicht gedacht. So, hier ist noch Feuer. Gut, das sieht gut aus. Sehr schöne Tor. Nicht identifizierbarer Gegenstand. Da oben können wir nicht rüber springen. Nein. Komm mit, Sebastian. Wir müssen schnell hier durch. Na, komm. Als ob der sich nicht selber hier schützen könnte. Aber wartet immer da drauf, bis ich hier irgendeinen Zauber mache. Ja, hier ist es offen. Sehr schön. Nein, du sollst es in die Richtung machen, wo ich gucke und nicht nach rechts. Dankeschön. Wie viele Schals kriegen wir hier eigentlich? Da waren aber doch eben noch Spinnen. Die sah viel größer aus, als es im Endeffekt war. Okay. Ich habe schon gedacht, jetzt... Dankeschön. Ih. Hast gut aufgepasst, du Bestien. Also so langsam, aber sicher machst du dich wirklich, ne? Bist nicht mehr der Kerl, der bei den Duellen dann so gar nichts macht? Wir haben noch nicht eine Rune gesehen. Ach, das Problem. Ich glaube, die Runen sind im Moment unser geringstes Problem. Was für eine unliebsame Ablänge. Der nächste Kampf steht uns bevor. Warum bin ich nicht überrascht? Ja. Ja. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Das ist die falsche Seite. Also, ich bin das Problem. Dann geht es mit ihm. Dann geht es mit ihm. Dann geht es mit ihm so und das nicht mal gut. Dann geht es mit ihm. Dann geht es mit ihm so. Dann geht es mit ihm so weiter. Und wie ist er zu干st? Dann geht es mit ihm? Was ist jetzt? Du bist nicht übel für ein Slytherin. Ah. Und hier haben wir wohl die berühmte Hufflepuff. Ein Runensymbol. Ja, streng genommen bin ich die berühmte Hufflepuff. Das ist richtig. Das ist zu, das war unerwartet. Haben wir die schon alle? Oder warum unerwartet? Ah ja, die Tür ist offen. Aber wir wollen uns natürlich hier erst nochmal so ein bisschen umsehen. Und einsammeln. So. Also da sind wir runtergekommen. Da können wir nicht hoch, so wie es aussieht. Schade. Was ist das hier eigentlich? Ne, ist kein Loch drin. Ähm. Das denke ich mal müssen wir wegbrennen, bevor wir hier irgendwas holen können. Ach ne, das ist schon... Ah, okay. Ist dann nur die Frage, da können wir es nicht davor setzen, oder? Obwohl, das ist relativ glatt. Hier vorne müssten wir doch eigentlich... Ach ne, kommen wir so nicht hoch, ne? Ah, okay. Okay, okay. Komm, komm, komm. Ich weiß, dass du heute meine... Meine... Ja, das war aber ein bisschen weit weg. Dass du heute meine Falltests nicht so magst. Zumindest in Dialogen. Ach so, ja, das ist schon... Da oben haben wir auch noch was. Das darf ich nicht liegen lassen. So. Die Sachen sind zwar alles mittlerweile... Oder fast alles schlechter als die, die ich hab, aber naja. Nehmen wir natürlich trotzdem gerne mit. Doch. Doch, nehmen wir gerne mit. So. Wie von einem regnerischen Schleier befreit, kehrte die Welt zu mir zurück. Wie lange war ich bewusstlos gewesen? Ich kann mich nur an seine Augen erinnern. Lea. Ja, Lea, vor Trauer. Aber auch. Ich entsinne mich, dass ich eine gewisse Euphorie verspürte, als der Schmerz verging. Aber dann begann alles sich zu drehen. Ich muss mir den Kopf verletzt haben, als ich fiel. Ich kann weder eine Wunde ertasten, noch eine sehen. Aber der Schmerz ist beispiellos. Ich kann nur hoffen, dass es nicht der schwarze Tod ist. Wenigstens hat er keine Schmerzen mehr. Reveglio. Was hast du da? Einen Tagebucheintrag von Isadora. Hoffentlich hilft er uns, dieses Rätsel weiterzuentwickeln. Sebastian, ich habe was gefunden. Ein Stück Leinwand. Nein. Großartig. Unsere Mühen waren doch nicht vergeblich. Trotzdem. Irgendwas an diesem Ort ist komisch. Ja, vielleicht hier hinten der Tisch. Könnte ja sein, dass der komisch ist. Ich meine, ne? Ich mache mal einen Screenshot. Ich finde den eigentlich ganz cool. So ein bisschen wie ein Tee so. Wenn uns das Tryptichorn zu dieser Leinwand geführt hat, können wir wohl annehmen, dass Isadora Morganock hier war. Sie scheint überall gewesen zu sein. Aber wenn sie die Krypta und den Keller unter dem Anwesen in Feldcroft genutzt hat, wieso sollte sie dann diesen Ort erschaffen? Und warum alles hinter kryptischen Runen verstecken? Und hinter alter Magie, die niemand außer dir sieht? Isadora und Percival Rackham, ein weiterer Hüter, konnten ebenfalls Spuren alter Magie sehen. Rackham? Der Name sagt mir nichts. Ich sah ein paar seiner Erinnerungen. Ich glaube nicht, dass er und Isadora sich über die Nutzung dieser Magie einig waren. Alles ganz schön verwirrend. Bringen wir die Leinwand zurück zum Tryptichorn. Vielleicht finden wir dort Antworten. Ach, das ist mein Ding. Aber auch überaus faszinierend. Gut. Und jetzt raus hier und zurück nach Hogwarts. Krypte betreten. Wir finden einen anderen Weg zur Krypta. Sehen wir uns doch mal um. Jaja, aber es ist die Frage, ist das jetzt da in der Krypta? Ich hoffe. Weil ich will jetzt eigentlich nichts liegen lassen. Das ist der Moment der Wahrheit. Es muss passen. Mach's rein. Mach's rein. Mach's rein. Achso, ich hab das. Bitte sag, dass du den Ort auf dieser Leinwand wiedererkennst. Die gute Nachricht ist, ja, in der Tat. Und was ist die schlechte? Es bedeutet noch mehr Ärger. Das ist egal. Ich kenne diese Küste. Renrock hat dort eine große Miene samt Umgebung eingenommen. Moran Weem leidet stark darunter. Dort ist es jetzt so schlimm wie in Feldcroft. Wollen wir jetzt dorthin? Lass uns warten. Wieso? Die ganze Zeit hinken wir Renrock einen Schritt hinterher. Ich kenne jemanden, der uns helfen könnte. Und wen? Ja, also ich denke mal, er ist ja vertrauenswürdig. Ein wohlgesinnter Kobold. Er steht nicht auf Renrocks Seite. Ein freundlicher Kobold? Kobolde haben meine Schwester zum Schweigen verflucht, damit sie gesehen, aber nicht gehört wird. Ja, aber nicht alle Kobolde. Nicht alle Kobolde? Hast du Feldcroft schon vergessen? Hast du die Miene vergessen, in der wir gerade waren? Nein, Sebastian, habe ich nicht. Du hörst mir nicht zu. Warum sollte ich auf jemanden so Ignorantes hören? Das war gemein. Genau. Aber er weiß auch nicht, was er sagt. Vielleicht hatte dein Onkel recht. Du weißt nicht, wann Schluss ist. Oh, ich weiß genau, wann es reicht. Unglaublich. Ja, aber du wirst noch meine Hilfe brauchen. Und ich werde mir jetzt erst mal die Hilfe woanders holen. Blöd Mann. Ich gehe jetzt. Ich lasse dich einfach hier stehen. Nein, ich muss noch eben abmoderieren. Dann gucke ich halt beim Abmoderieren zu, wie du hier diese Krypta vollest. So. Ja, also ihr habt das schon mitbekommen. Sebastian ist etwas sauer auf mich, was schade ist, weil ich ja eigentlich noch einen unverzeihlichen Fluch von ihm lernen wollte. Was war das? Es ist immer so seltsam. Ich höre immer irgendwelche Sachen. Normalerweise sind das hier die Hauselfen. Aber irgendwie sieht man da noch wieder nichts. Ja, ich würde sagen, dass wir dann hier erst mal einen kleinen Cut machen. Und ich hoffe immer noch darauf, dass wir Poppy in der nächsten Folge wieder weitermachen können. Weil irgendwie, ich möchte endlich weiterkommen mit dieser Geschichte, mit den Wilderern. Aber Poppy möchte irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht so genau, warum. Aber Sebastian würde ich auch gerne weiterkommen. Aber ich glaube, das Einzige, was wir jetzt noch ausstehen haben, ist die Hauptgeschichte. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich zwangsläufig erst mal da weitermachen. Und ja, dann sehen wir mal weiter, was wir dann danach noch alles für Eulen bekommen, an wen wir uns dann wenden dürfen. Und ich hoffe wirklich, Sebastian kriegt sich jetzt ein bisschen ein und ja, vielleicht entschuldigt er sich noch bei uns. Ich hoffe es. Ansonsten sehe ich schwarz für den nächsten Fluch. Aber ich meine, so eine Sackgasse dürften wir uns ja eigentlich nicht geben. Ja, ich freue mich auf jeden Fall schon total. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren. Dann. Vielen Dank.